User joined your channel. Hi. Hi Crow. Hi Crow. Servus. Das ist genau richtig, wir sind gerade mitten in der Aufnahme. Ja, da hättet ihr mir auch mal Bescheid sagen können. Du warst gerade da unten im Overwatch-Channel, aber ich dachte, ich störe dich mal lieber nicht. Da hättet ihr mich auch ruhig anpacken können, das wäre kein Problem gewesen. Ja, nicht, dass ich dir gerade das Play of the Game versau oder so. Nee, ich bin nicht gerade aus dem Game aus irgendeinem Grund rausgeflogen. Sowas wollte ich nicht verantworten. Na, ich bin da eh die Mahlzeit am denken, also soviel ist eigentlich mit Play of the Game. Bei uns ist Chrissi gerade die ganze Zeit am Play of the Game. Fuck, was ist? Bei uns macht Chrissi gerade ständig Play of the Game mit seinen, wie heißt das Ding, Katakrysmos. Ja. Die haben den Destro-Hexe den Katakrysmos gegeben. Hm. Okay, ich hab sechs. Für dich, ich hab bloß fünf. Wofür sammeln wir nochmal diese Schildkrötenbeine? Das ist Wegzehrung für die Typen da. Dass die unterwegs was zu messen haben. Da wollen sie ausrechnen Schildkrötenbeine. Schildkrötenflanken. Joa. Irgendwie schon. Muss man erst mal schaffen. Mhm. Und das war leider viel zu offensichtlich mit Höhe. Er ist hängen geblieben. Deswegen hab ich's mal gelassen. Okay. Was? Ach. Was? Und was macht ihr grad so schönes? Wir sind grad am Questen im Jardewald. Ah. Wir waren vorhin schon in der Brauerei Sturmbräu. Oh, da ist ja auch noch der Quest. Ich hab die gar nicht gesehen. Hast du mit deinem Bruder geredet? Äh, wegen dem DS? Ja. Joa, ist einverstanden damit. Gut. Na, dann muss ich gucken, dass ich dann nächste Woche nochmal zu Frankom. Und... Mal gucke, wieviel das mit dem Versand kostet. Weil dann würde ich, äh, grad das Geld für den Versand noch mit überweisen. Weil das wäre dann am einfachsten wahrscheinlich. Und so viel Versand müsste das Ding nicht kosten. Ich mein... Also, eine Sache muss ich dir vielleicht noch dazu sagen. Wir haben hier kein Ladekabel bei dem Ding dabei. Weil... Weil... Die sind... Die kosten 10 Euro. Also das ist das geringste Problem. Kilian, das mal zusammenziehen. Mach die mal noch nicht kaputt. Ich... Deswegen laufe ich hier schon die ganze Zeit im Kreis. Okay, ich hab mal verstanden. Kilian, das mal zusammenziehen. Mach die jetzt nicht kaputt. Ja, bevor ich mir ein paar beisammen hab, sind die sind immer wieder alle kaputt, weil ihr sein Schild reinwirft. Ja, für mich hat sich das aber gerade so angehört, als ob du meinst mit ihm, äh, eine Wohnung ziehen. Na, das haben wir auch noch vor. Das haben wir auch noch vor. Wird ein Overwatch angeschrieben. Es gibt keine Beute, verarsch mich nicht, spiel. Es gibt keine Beute, verarsch mich nicht, spiel. Ich hab ein Stück die Gehe, ach so, die... auch noch looten. Die toten Fische. Und keine Leute? Und jetzt kommt, ich mach jemand aufs Gap's. Was? Ah ja. Was? Oh, ich hab's nicht in Ordnung. Ich hab's nicht in Ordnung. Ich hab's nicht in Ordnung. Und dann bleibt jemand aufs Gap's. So, ich brauch nur noch die Roben, dann hab ich alles. Roben? Die zeremoniellen Roben. Sonst hab ich alle Items schon gelootet. Zeremoniellen Roben? Sag mal, Leute, lootet mir halt jeden Scheiß vor der Nase weg. Okay, hab alle. Jetzt mal, wenn ich zu so nem Scheiß Ding aufheiß, es gibt keine Beute, weil zwei Sekunden vorher... Das sind, äh, Fellfloppen-Erbstücke und keine Roben. Ja, es gab da vier Items, die man von den Mobs hier so noch looten musste, und die... Eins davon waren die zeremoniellen Roben. Dann sollen wir dann grad wieder mal ein paar Punkte erspielen. Ja, das wird wahrscheinlich sein, dass irgendjemand angemeldet hat, während ich noch aufm Klo war, und dann bin ich rausgeflogen wegen AFK, und dann haben sie mir das als... Dann haben sie mir den Punkt abgezogen, ey. Ach, komm, den Punkt kriegen wir wieder rein. Oh, toll, wir sind das Underdog-Team. Hey, 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 hey. War mir grad eben auch die ganze Zeit. Hm. Hm. Das heißt, wenn wir das jetzt gewinnen, hab ich meinen Punkt wieder drin. Hm. Ich sollte mal kurz den WoW-Download anhalten. Aber zockst du wieder WoW? Äh, ja. Also, ganz ehrlich, ich hatte auf einmal, ähm, das... den Overwatch des Liedenspray, wo dann bei mir noch dabei stand, ähm, erhalten durch den Kauf von Legion. Aha. Bei mir stand dann auch noch bei WoW auf einmal, ähm, installiere Warlords of Draenor, obwohl ich mir das nicht geholt hab. Und... War irgendwie ein bisschen seltsam. Hm. Aber ich versuch die ganze Zeit irgendwie einen Privatserver mir in einen Account zu machen. Oh, mir wandert auch einen. Ja, seit langem gespielt. Ja, ja. Außer, dass ich glaube, dass ich da wahrscheinlich einen Bann kassiert habe. Hm. Mal nachgucken. Ich hab mich da ein bisschen mit einem in der Wolle und hab den dann ein bisschen geflamed. Ein bisschen geflamed, hä? Ja. Ja, und auf einmal bin ich runter... äh, bin ich rausgeflogen vom Server, und... ja. Ich nehme an, dass ich da dann... ...gekickt wurde, oder sowas. Ja, natürlich laufe ich direkt in McCree rein, äh. Wo ich auch hinschaue, die Flüsse sind ausgetrocknet. Einfluss, der ich durch diese schweren Zeiten tragen mag. Pfff. Mächtige Fremde kommen von fernen Ufern. Nutzt ihre Stärke. Fügt sie der unseren hinzu. Oh, jetzt kommen die Quests. Oh. Jetzt erzählen die vier erstmal ihre Geschichte. Wir hielten an, als wir einen ungestürzten Baum fangen. Was glaubt ihr, ist mit diesem Baum passiert, Sun? Hm, was ist das da drüben? Eine Art Vogel? Ach, ne. Ach, ne. Und diese Drecks-Ulti von der Schlampe. Wer sind Amber und Nim? Sollen wir uns folgen? Wär die echt gut gezielt. Dann holt mal die Schere, wir dürfen Hosen schlachten. Dann spült den, Achtung bitte, Waffe. Och, jo, genau. Bullshit. Ich werde sie aufhalten, solange ich kann. Was ist denn jetzt los? Ich zog deine Schwerte für den Kampf. Ich zog deine Schwerte für den Kampf. Ich zog deine Schwerte für den Kampf. Ja, also für mich sind einfach... Die Staffel ist so geil. Starker Angriff, stärkere Angriff, stärkster Angriff. Tja, Schwerte sind das nicht, das sind Dolche. Prä войna, counter console Reiser Ist schon wieder da? Ja, noch nicht, ganz. Ich habe ihn gerade getötet, also... Er wollte wahrscheinlich, dass es Mittag ist. Nein. Ich habe gesagt, nein, wir müssen noch arbeiten, weil er angriff ist, ist gestorben. Mit diesem McCreys, hier wurde plötzlich sterben. Fuck you. Zally, Klein-Loo, unsere Pläne haben sich geändert. Wir müssen Amber zurück ins Hauptlager bringen. Nein. Schnell dich an! Du bist fast tot! Sieh dich doch an! Nein, Sully. Meine Wunden werden heil. Die sind echt nie so gut. Was ist der weiße Bauer? Ich dachte, wir greifen die Hosanna. Ja, ne? Ich finde das Spray einfach so schön. Ja, ne, ich auch. Und du bist racist als du all! Das ist richtig. Sie sieht halt richtig nice aus, so mit dem Affen da drüber, statt Elitin. Ja, ihr wisst nicht, was euch erwartet, der Affen. Ihr wisst nicht, was euch erwartet, Winston. Eigentlich sagt das immer Elitin. Ja. Ach nee, echt? Darüber unterhalten wir uns gerade schon die ganze Zeit. Ach ja, die sind gerade am BW spielen, in der Aufnahme. Ach so. Na dann. Oh, jetzt kommen die beiden Waschbären. Eine Holzfälle-Achse oder eine Schäden-Spalte-Achse. Gizmo! Ein Sackchen. Gizmo, nein! Vielleicht sind die dann wahrscheinlich Bufi-Tipps. Bei mir redet der gar nicht. So. Oh, jetzt sind die Gegner gerade gestorben. Okay. Hat doch noch was gebracht. Hat eine nervige Tracer getötet. Äh, läuft doch. Ich frag mich gerade, ob ich auf die Messe gehen soll. Aber... Wenn ich etwas Gefährliches sähe, würde ich das Licht da aufrichten. Und Ambers Scharfschützgewehr würde den Rest erledigen. Und, wird, 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 den Schreinhammer... Nein! Ich wollte gerade meine Sprengladung zünden, dieser Wichser. Hinter mir ist Ginn. Oh, hinter mir war ein Junkrate, what the fuck. Da hinter mich sind auf einmal ein Reaper. Oh, lol, ich hab ihn getötet! Sprengladung for the win. Hinter mir war ein scheiße Ding ins Kirchen. Ich liebe es, wenn ich Sprengladung zünde und was töte. Aber am südwestlichen Schrein... Ja, läuft, ne? Was ich jedoch fand, war ein freundlicher Waschbär, der anfing mir nachzlaufen. Ich beschloss ihn Gizmo zu nennen. Hey, kleiner Freund, ich werde dich Gizmo nennen. Nein, Gizmo! Fucking Tracer. Gizmo ist gerade gestorben. Ich hab doch nicht mal das verdammte Licht benutzt! Oh Gott! Oh Gott! Ich werde erst mal gucken, wo ich jammeln muss. Machen wir uns aus dem Stau, bevor du auch erschossen wärst. Dieses Miststück. Na, ich fass den Ginn, ich den Junkrate noch mitgenommen. Oh, nur fast. Ja. Alter, ich bin halbtot. Wo sind unsere Heiler, ey? Da. Hey, guck mal, geht nicht noch Heiler. Oh, ja. Hinter mir auf einmal. Am Arsch. Nachdem ich alle drei Schreine abgesucht hatte, machte ich mich auf den Rückweg zum Lager. Wie er es wusste, ist klar. Ach, ist egal. Bin sofort klar. Spritzer! Jo. Nein. Ja, f*** dich los, jo. Geht sich leben. Boah, scheiße. Der Typ trifft mich nicht mal. Ja, schieß mir in die Ferse, ey. Ist egal, ja, man. So. Was braucht ihr? Da muss was repariert werden. Gott. Ja. passaktion. Schreiner. Was kann... Vorabys Cole.